Es ist wunderbar, dass das Radrennen rund um Stadttheater eben jedes Jahr wieder stattfindet. Und es ist wunderbar, dass es auch immer mehr ausgeweitet wird. Dieses Jahr erst mal auf ein Inline-Rennen und jetzt gleich kommt das große Rennen zum großen Pokal, großen Preis der Sparkasse Gießen. Es ist schon so etwa 30, 40 Meter Vorsprung. Wir schauen mal. Und wir haben die Prämienabnahme. Ich glaube, acht Leute waren das, was sich da hinten hier an Verfolgung und an Angriff und Attacke da noch fühlen kann. Hier geht es um den Gesamtsicht. Hier geht es um den Gesamtsicht. Wir haben alle hier mit einem Applaus, die wir haben. Wir haben jetzt hier die Medienabnahme. Hier geht es um den Gesamtsicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020